Nein, vor wie es doch es wird nicht funktionieren der Kenntnöhe also ich bin hier oben, nur so als Infobox ja und wie ich bin über die andere Seite gegangen, es war die bei mir einfach okay, so hoch ging es auch ziemlich leichter aber, der Knopf, Knopf, Knopf da ich habe ihn nicht gesehen, ach, hier geht es um nein, ich habe meine Fall verloren und Dungeon 5 offen ja, hier waren wir ja, hier waren wir gerade schon so, müsste man erstmal einmal müsst ihr immer auf den Schalter drücken wo ich vorhin die Aufnahme gestartet hat, weißt du Juhu Junge ich hasse das steckt man da so Häschen in der Lava fest die zieht einen dann so runter du kannst das schaffen du zuerst du zuerst Frauen und Kinder zuerst los was muss ich denn eigentlich machen, wie ich da unten bin du musst dann dort warten dann eigentlich dort durchbringen ja, ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ist hier, warum ist hier kein Wasser? nein nein ich hab's ich hab's überlebt krass gestorben ja, ich hab's überlebt das geht ja noch relativ ja, einfach Porten ja, ich bei mir ist leckerster manchmal irgendwie so wenn ich springe dann rukele ich so in der Luft das ist nur eine Ausrede, denn so das ist echt so ich bin wieder zum Geruch verlaufen alter verdammt ja, nein ich wollte mich rächen verdammt verdammt keine Ahnung nein 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 das ist doch vollkommen ja, lol ok wo muss man lang? da 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 von hier komm ich gerade ach so na los gut kass ähm Moment mal, wo muss man denn da hin? da rüber also muss jetzt hier so da irgendwie nach links ja, wenn man da rechts reinbrühe könnte, glaub ich nein heute nicht, oh Junge, bist du behindert jetzt geh doch mal weg alter ohne Mist was ist das denn? b THAT wÄH wie soll das gehen? nein, jetzt sind wir alle weg ja, was muss ich auch immer zu ihr porn weißt du, dass ich alle zehn Meter sterbe warum müsste hier alle sterben warum machst du das denn Game ohne? achso, wir.. ok das war ja gar nicht weiter ich dachte jetzt grad oh Sollte ihn vielleicht auch ausmachen, egal. Also den pack ich noch. Oh, äh, das war so. Äh, spring immer bei einem spring ich noch zu weit. So, dann mach ich irgendwie aus. Äh, noch. Loll. Geht weg. Geht weg. Geht weg, geht weg. Ja, war irgendwie klar, dass ich verrecke. Wow. Boah, das war so. Ach ja, hier war ich ja schon. Boah, hier war ich. Alter, das ist doch voll krank. Soll das gehen denn hier, oder? Gehen. Gehen. Wie soll das gehen denn, ja. So. Ohne miss. Bleib mal stehen, drauf. Verarscht. What the fuck? Hä? Jetzt soll man hier so echt um die Ecke springen, oder was? Um die Ecke springen, um die Ecke springen. Keine Eindeutung machen. Hör dich mal zu mir, ich will das mal allein versuchen. So, geh mal weg. Alter, ich schaff diesen behinderten Krabbeln hier gerade nicht. Ja. Ja, tschuldigung. Du musst bestimmt hier runter auch, schade. Du packst das. Alter, das ist voll krank. Bleib du mal stehen, ich lass mal probieren, wenn du rausstehst. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin, okay? Bleib mal stehen, ja. Weil ich keinen hab. Ähm. Ja, genau, das mein ich auch. Nee, so. Okay. Achso, ne dann. Vielleicht, ich glaub, das ist... Das ist ein Fake, würd ich sagen. Oh. Der letzte Block ist einfach ein Fake. Ja. Ja, und dann lag das schon wieder so bei mir in der Suche. Mann. Was denn? Ähm. Ich hab's geschafft. Ganz normal sogar. Ja, ich auch. Oh. Dann hängt das so. Warte, dann bleib mal da stehen, Marcel. Und ich port mich auch noch zu dir, Mann. Hey, ich seh euch. Durch die Wand. Lol. Wo müssen wir hin? Dort lang. Ähm. Äh. Mann, du. Stirb. Schüße. Ja, du bist. Das war's. Ey, ihr bist ein wenig. Lol. Ob der hat dich vorher drübergehauen? Das war's nicht verarschen. Ja, danke. Nein, 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 nein. Hahaha. Hau dich zu mir. Oh, love. Ja. Ich wäre dafür, dass wir zu unserem ursprünglichen Ort wieder zurückkehlen. Ja, wie sie gleichzeitig seinen Game-Mode hinsetzen, ja. Ist das nicht falsch? Ne, das ist richtig, okay. Ja, ich brauche mich nicht mehr. Ey, Niklas, Game-Mode auch Null setzen und dann den Sprung machen, hier. Ey, wo, wieso brenne ich denn schon wieder? Ja, genau, das ist es ja, das ist doof. Das mache ich nicht. Das mag ich nicht. Was ist denn das hier? Ah, okay. Juhu. Bös. Achso, hey. Was ist denn hier? Böö. Ja, das ist zwar schlau. Okay. Nochmal anstrengen. Das ist, glaube ich, das letzte Kapitel. Was ist, ich schau nicht, was hier ist. Hier geht's gar nicht lang, ne? Ja, wo sind wir denn hier? Achso. Rot. Wir sind im Himmel. Ne. Da gehört Markus nicht hin. Er hat mich zu oft runtergeschubst. Die Fre... Oh, ist das krass, man. So. Nein, nein! Niklas, nein! Achso, ich springe noch schnell den Punkt zu Ende. Okay, kannst du. Juhu. 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 Hey, Juhu. Was ist das denn? Was macht manchmal so echt? We got it. Okay. Oh. Allo. We did it. Was ist das? Nein, nein, nein. Hey, das mal wenigstens billigen Strom. Dann lecker es so. Markus, nicht. Nicht weitermachen. Markus, lebst du noch? Ja. Hi. Ihr da weg. Ich will das ohne euch machen. Ich will es einfach so mitlaufen. Muss man mal machen. Was funktioniert viel besser mit? Mit ohne. Mit ohne. Das ist mit ohne. Ja. Ja, das war knapp. Hey, guck mal. Hier kann man rausschauen, das hätte. Oh. Was ist das? Hier war ich am Anfang schon mal. Übrigens, weil ich da oben auf dem Dach gespawnt bin. Komm schon, hör auf zu brennen. Ich auch. Auf zu brennen. Nein! Zu brennen. Ich lebe noch. Ihr solltet vielleicht crouch mehr, wenn ihr euch zu mir portet. Habe ich ja, aber ich wurde trotzdem runtergeschmissen. Ich sterb. Ich sterb. Ja, ich sterb. Hallo. Na weg. Hör. Dann erst, warte mal kurz, oder? Hallo, warum brenn ich denn? Ja, so ging es mir auch. Was soll das denn? Ohne Mist. Warum? Okay. Manu. Schnell portet zu mir. Portet dich. Hey, ich bin da. Ja, in den letzten Moment habe ich mich geportet. Oh, das war knapp. Warum brenn ich denn da? Das ist so billig. Ohne Mist. Hey. Burn to the table. Nein, 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 nein. Zu mir, zu mir, schnell, zu mir. Ups. Mars, schnell zu mir. Junge. Äh. Depp. Hehehe. Hi. Haha. Haha, haha. Oh, Junge. Irgendwann. Hm. Hm. Oh, das war knapp. Alter, ist das hässlich hier. Unglaublich. Ja, was ist das für ein Sprung? Kann doch kein Mensch machen. Nein, ich mach jetzt. Ja. Komm, meinst du mir gestorben? Komm, Markus springen. Ja, wohin du? Warte, ich geh mal runter. So. Ja, du. Das ist einfach. So. Oh mein. Wenn ihr, wenn ihr nicht auf respawn drückt, dann. Wir müssen zum Land. Ist noch irgendwer da? Nein. Ist aber schon Pro, oder? Ne, das ist was. Ne, Moment, Quatsch. Wir sind doch gar nicht hier. Ach ja, Moment. Wir laufen nicht. Ähm. Wir müssen hier hoch. Erstmal. Nein, wir müssen im Spawn dieses Lab runter. Ja, ja, das kommt aber nur, wenn wir da... Ach hier. So, hier sind wir überall. Du, bla bla bla. Boah, Mann, du bist so wenig, Alter. Du bist so jung. Warum hast du den Klingel? Ich bin wirklich gerade schade.